Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 1, Quest for the Crown. Es waren ein paar Tage Pause, leider, weil viel los war am Wochenende und ich so ein bisschen gekränkelt habe. Aber jetzt geht es weiter ohne Plan, offensichtlich. Genau, das was ich machen wollte, ist gucken, wo ich meine schöne Geige einsetzen kann. Und ich glaube, dafür muss ich einfach ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, an der Schlange. Haben wir es an der Schlange schon versucht? Ich denke schon. Nothing. Nothing. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wie immer. Keine Ahnung, wo ich schon war. Ich wollte eigentlich mal wieder zurück zum Rumpelstiel ziehen. Vielleicht schaffe ich das ja. Oh, oh. Oh, du mal wieder. Ja, hi. Okay. As you start to cross the bridge, a huge, hulking troll stomps into view and blocks your way. Okay. Aber du hast schon gesprochen, oder? Du bist wie die kleine Schatterbox, nicht wahr? Well, lass mich warnen, diese Brücke sind in meiner Familie für Jahre und Jahre. Okay. Und was ist das? Okay. Und was ist das? Okay. Ähm, vielleicht speichere ich lieber mal? Okay. Und dann gucken wir mal, ob wir... Uh. Your skimpy offering doesn't impress the troll. Wäre ja auch schon zu schön gewesen. Wir haben eine Karotte. Your skimpy offering... Und wir haben eine Walnuss. Nothing happened. The troll isn't interested. Okay. Kann ich weiter mit dir reden? Oh, Jäbel! Nee, kann ich nicht. Was ist, wenn ich versuche? Nee. Nee. Okay. Das wird nichts. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Ah. Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir echt noch nicht. Okay. Waren wir hier schon? Ich habe keinen Plan. Ach so. Da kannst du nicht weiter... Was ist mit hier? Nee. Auch nicht. Da waren wir aber schon, oder? Ja, das kommt mir bekannt vor. Aber Wiesel? Glitzert ist hier so. Das ist ein wunderschönes little Lake. Okay. Sollte ich da vielleicht mal reingehen? Und vielleicht mal gucken? Es gibt starke Kräfte unter der kalten Fläche dieser Lake. Okay. Er würde dann nur tauchen. Das? Hm. Nee, dann komm mal wieder raus, bitte. Dann möchte ich doch hier über die Brücke... Ah, nee. Kommt wieder der Troll. Ja, okay. Also in die Mitte dürfen wir nicht. Alles klar. Wo kommen wir hier nochmal hin? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich guck noch mal, dass... Okay, aber ich kann auch nicht noch mal ins... In den Palast, glaube ich. Ich guck noch mal auf der anderen Seite, ob mir das irgendwas gebracht hat. Kann ich vielleicht irgendwas mit meiner Geige hier anstellen? The Guards are well provided for by King Edward. They are not interested in any of your belongings. Ja, okay. These stone-faced Guards must... Hm. These... Okay, ich glaube, es gibt nichts Neues. Ich glaube, ich kann ihm auch nicht davon erzählen, dass ich zumindest schon mal weiß, wo sich der Spiegel befindet. Ja, und ich glaube, mit dem Monster hier kann ich auch nichts machen. Ich darf nur nicht reinfallen. Hm. Okay, genau. Hier waren wir schon mal. Ich glaube, weiter nach unten kam dann der... Ja, auch Zauberer oder so. Vielleicht sollte ich mich ja mal von dem fangen lassen, aber ich glaube, das war letztes Mal auch nicht so gut. Genau, und hier sind irgendwie die Gärten. Kann ich noch eine mitnehmen? Ja, ich weiß. Aber was soll ich denn sonst machen? Okay, also eigentlich ist das Spielfeld hier gar nicht so groß. Ja, komm. Geh weiter. Ich weiß trotzdem nicht, was ich machen muss. Komme ich jetzt eigentlich hier wieder auf der anderen Seite raus? Ja. Hm. Und wo war Rumpelstilzchen und wo gehst du hin? Oh. yeah. O. Obwohl, Sir Graham. I am your third Godmother. Ihr quest is indeed noble. What little aid I can offer you is this protective magic spell. Effective for about a short while. I shall be watching over you, Sir Graham. yes? Oh, okay. Das ist aber nett. Okay, aber ich habe den Spell. Oh, okay, dann muss ich mich ja beeilen. Warte, warte, dann möchte ich speichern. Protective Spell. Protective Spell. Okay, gut, dann lauf bitte, mein Lieber, dann versuchen wir jetzt bei dem Zauberer da weiterzukommen. Komm schon, lauf doch ein bisschen schneller, weil ich glaube, zur Hexe ist es jetzt zu weit. Ja, lauf. What a short while. Ja, was ist denn ein short while? Ich hoffe, das reicht. Naja, ich habe ja gespeichert, falls nicht. Okay, wir gehen jetzt mal hier lang. Okay, und weiter. Okay, und dann versuche ich mal hier durchzugehen. Das funktioniert soweit auch. Okay, aber hier bin ich eigentlich schon wieder draußen. Aber war hier nicht irgendwo eher eine gefährliche Stelle? Da war auch irgendwas, oder? Okay, ja, das sah wie eine gefährliche Stelle aus, aber ich glaube, da kamen wir nur zu dem Haus. Genau. Ja, soll ich jetzt zu der Hexe? Ich weiß ja nicht. Aber das bringt, glaube ich, auch nichts. Kann ich weiter in den Sumpf? Nee, hier ist schon wieder kein Sumpf. Aber mit der Schlange kann ich jetzt ja auch nichts machen, oder? Okay, ja gut, aber sonst habe ich ja mit der nichts am Hut jetzt eigentlich. Was ist denn, wenn ich jetzt hier anklopfe? Wie ist denn, wenn ich jetzt hier anklopfe? Wie ist denn hier? Wie ist denn hier? Ich liebe Besucher, besonders die junger Tandoons. Komm in, komm in. Ja, dann geh. Okay, cool. Das ist sehr cool. Okay, dann gucken wir mal. Ah, vielleicht kann ich den beim Loch verwenden. Gut, ist hier sonst noch was? Okay, kann ich mir den ausschalten? Okay. Hm, okay, mal gucken, was wir am Ende damit anfangen können. Ach, nee. Hm, okay, ich glaube fast, das war's. Was ist das? Okay. Was ist da mit der Zelle? Okay, können wir noch irgendwas angucken? Hm, okay. Gut, ich glaube, das war's dann hier auch. Ich denke, der Käse ist wichtig, die Notiz auch. Klar, können wir sonst noch irgendwas hier machen mit denen? Ja, genau. Essen wollten wir die nicht. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Ich versuche noch mal zu dem Zauberer auch zu kommen. Da muss ich jetzt aber, glaube ich, ganz weit nach unten gehen. Mal gucken, ob wir noch mal in gefährliche Gefilde kommen, wo uns unser Spell hilft. Hey, jetzt bin ich wieder hier. Das ergibt einfach gar keinen Sinn. Wo war das? Nee, hier waren wir auch schon häufiger. Kann ich, wo kann ich vielleicht jetzt hier durch? Nee, okay, das geht nicht. Aber magst du Käse? Nee, magst du nicht. Okay, dann versuche ich's bei dem... Oh, nein, Junge. Ja, schade. Okay, dann versuchen wir aber noch mal hier lang zu gehen. Ja, komm, geh doch mal hier durch. Ja, nein. Jetzt bin ich wieder hier. Wo zum Teufel muss ich lang? So, jetzt bin ich bei dieser Brücke. Und jetzt bin ich hier. Okay, dann dürfte ich jetzt ja meinen Weg hoffentlich zurückfinden. Okay, da waren wir auch schon. Da konnten wir auch nichts machen, ne? Ja, okay, gut. Die bräuchten halt irgendwie richtiges Futter, so Würmer oder so. Ja, wir sind wieder hier. Ja, juhu. Ja, juhu. Yep. Okay, und dann noch die Notiz. Und sonst mit dem Pod können wir, glaube ich, nichts machen. Oder das ist wahrscheinlich ein bisschen... Nee. Das ist alles ein bisschen bescheuert. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt entweder zum Zauberer oder zu dem Loch. So, dann versuchen wir jetzt, den richtigen Weg zu finden. Okay, wo sind wir hier? Keine Ahnung. Jetzt habe ich 24 von 158. Hatte ich vorhin mehr? Ich weiß nicht, ich komme das immer darauf an, wie viel ich auch... Okay, kann man da reingreifen? Waren wir hier schon? Jetzt kommt mir alles so unbekannt vor. Vielleicht... Sollte ich speichern? Okay. Vorsichtig. Ich will nicht, dass du runterfällst. Uh. Okay, cool. Aber ich werde trotzdem speichern. Sicher ist sicher. Entry. Ist das... Ja, dann geh halt näher ran. Ganz vorsichtig. Ist das ein Ei? Uh. Oh, ein goldenes Ei. Ja. Das war so klar. Lebst du noch? Okay, er lebt. Er lebt. Ein goldenes Ei ist auch sicher gut für den Troll. Ah ja, genau. Jetzt bin ich eigentlich wieder hier, wo ich hin wollte. Und wo ich gucken wollte, ob es noch weiter geht. Genau. Da ist ein Pilz. Okay. kamen wir hier irgendwie rüber? Nein, jetzt sind wir wieder ganz woanders. Okay. Gut. Nee, dann geh mal bitte wieder zurück. Dann versuchen wir noch mal die andere Seite. Hier muss doch irgendwie noch was sein. Ne, hier geht's auch schon wieder raus, quasi aus dem gefährlichen Gebiet, sag ich mal. Aber geht's vielleicht nach Süden noch weiter? Ich hab das Gefühl, hier muss irgendwie noch was anderes sein. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Nee, doch. Doch. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Mhm. Aber kann ich mit dir irgendwas noch machen? Ja, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Nee, nee, nee. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ich versuche mal hier weiterzugehen. Uh, ja. Jetzt. Ach, jetzt habe ich den nicht mehr. Nein. Okay. Okay, schade. War das jetzt wirklich nur zeitlich, oder weil ich wirklich hier an die Stelle gegangen bin? Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ja, gut. Gut, dann gehen wir mal zum Troll und versuchen da jetzt unser Glück mit dem güldenen Ei. Ja. Ja. Ah ja, hier müssten wir ihn doch wieder antreffen. Möchtest du ein goldenes Ei? Du gibst das goldene Ei zu dem Troll und es scheint, dass er ihn zufrieden hat. Er trompte, schiebt den Bruch klar, um dich zu crossen. Jo, cool. Vielen lieben Dank. Dann gehen wir mal weiter. So, du kommst zurück. Gut für dich, Sir Graham. Du hast noch meinen Namen gebeten. Nee, ich kenne deinen Namen noch nicht, Junge. Kann ich da rein? Nee, ne? Kann ich noch mal mit dir reden? Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist ein Pfeil von Gold. Hier ist ein kleines Pfeil von Strahl. Das ist der Gnome's Spinnungswiel. Ja. Backwards. Hilft mir das hier weiter? Aber soll ich dann backwards, rückwärts schreiben? Ach, da steht noch was anderes. All your base are belong what? The note says... He? The note says... The note says... The paper... The note says... The note says... Aber gerade eben... The note says... Was was anderes. The note says... Die Note sagt, all your base are belong to us. Wait, wait, wait. Das muss ich mir aufschreiben. Licht, Licht. Was hat er gesagt? All your base are belong to us. 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 See you then. See you later. Vielen Dank.